So, moin und herzlich willkommen zu Let's Play The Last of Us Remastered. Jo, im letzten Part haben wir uns auf den Weg gemacht, damit wir eigentlich Robert treffen. Wir haben uns den ersten Infizierten gestellt, die mich mal eben fast getötet hätten, aber haben es gut gelöst, würde ich sagen. Und wir gehen weiter, ne? Letzter Part sind wir hier vorne stehen geblieben. Was war hier vorne? Okay. Ja, ich glaube, da war eine Schlägerei, aber das ist dadurch diesen Part. Na, wo willst du denn hin? Da. Malik. Oh, sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Geht einfach weiter. Ich glaube, das war nicht dabei, weil ich da vorne den Part, der beendet hat und ich keine Pause gedrückt habe. Und dadurch, naja, es ist halt nicht dabei. Ich glaube, der auf die Fresse bekommen hat, ey. Also nicht der Bekannte jetzt, ne? So. Ich meine, da vorne lag noch was. Das sammeln wir ein. Ich hatte recht sogar, glaube ich. Ja, ich habe zwar recht. So, einberufend Bescheid. Ach, du Scheiße. Also, wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich es lese, gerne. Ich zeige es euch jetzt mal so. Aber schreibt es in die Kommentare. Müsstest den Part nämlich gleich direkt nach dem anderen auf. Also dem von vorhin. Und das ist ein Wanted. Achso, okay. Wer hat gesucht wegen Firefly kompiz... ...hard schaltet? Ja, was auch immer. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Und wir müssen weiter. Bisschen Action. Rise. Wie viele Leute, da steht da? Mann, da steht nur Rise. Look for the light. Oha. Oha. Es geht nur. Los geht's. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Mischstück. Ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiße. Scheiß drauf. Einfach draufballern. Druck dich hinter Objektum. Schüssen ausweichen. So. Einfach ganz normal warten, bis er auftaucht. Alter. Was? Gott, wie schlecht. Alter. So. Ist doch noch eins. Achso. Ich hab keine Munition mehr. Cool. Ja. Ist in Ordnung. Töte sie. Töte sie. Töte sie. Töte sie. Wow. Das war knapp. Hallo. Ich muss sie töten. Ja. Ist okay. Mann. Gib mir Munition. Ich hab nichts getan, ey. Gib mal her da. Ganz klasse, ey. Jetzt hab ich voll übelst Schaden, ey. Heute her. Ich hab keine Munition gehabt, ey. Was zur Hölle, ey. Na, ist er echt fast draufgegangen vorhin, ey. Irgendwas weilen noch? Nee. Nee. Hier geht's nicht durch. Ich habe keine Munition. Will ich doch. Bin auf Weg. Okay, gut. Also so wie ich's jetzt gerade gemacht hab, am besten nicht machen. Am besten spart ihr eure Munition auf. Nicht so wie ich. Indem man einfach da reinläuft und versucht die, ja, den auf die Fress zu schlagen. Und es hat nicht geklappt, wie ihr gemerkt habt. Die haben mich eher getroffen, als dass ich getroffen hab. Oh, scheiße. Das ist natürlich jetzt eine blöde Situation, weil... Das war doch nicht alles, sagen wir mal so. Naja, werdet's sehen. Da, 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 da. So, ich möchte gerne was zum Heilen haben. Das wäre nett. Spiel, bitte was zum Heilen. Achso, okay. Joel. Wow. Ah, Gott, wie hässlich die sind. Ich seh sie. Ich würde gerne, aber lau... Ich hab nicht mal gelesen, was da gerade stand, ich. Ey, das war nicht nett. Das ist nicht nett gewesen. Ich möchte jetzt hier drüben aber lang. So. Geil, das Smilen. Boah, geil. Was ist mir? Scheißegal jetzt. Peng, peng, peng. Haben alle exekutiert. Oh, äh, diesmal hat er mich nicht gesehen, ey. Scheiße. Und so. Haha. Hey, what? Wer, hä? Warum hat er jetzt noch weitergeredet, obwohl ich gerade... Okay, das war merkwürdig. Das ist in der Tat ein bisschen komisch gerade. Denn irgendwie... Habe ich den ja getötet. Also den gerade eben. Schlüssel benötigt. Ja, ganz klasse, ey. Vielleicht hab ich von euch Pissern einen Schlüssel dabei. Du? Ne, du nicht. Der andere? Ich hab von den Pissern einen Schlüssel. Wow. Ja, wahrscheinlich hört er sein Atmen gleich. Okay, ich hab dich kalt gemacht. Haha. Jetzt hab ich den Schlüssel. He, he, he. So geht das. So und nichts anderes. Schauen wir uns um. Ja, ich hab die Türe eh schon gefunden. Was... Was ist denn großen Stress jetzt machen? Mein Gott, geh weiter. Boah, der Stopp, da war was. Ach, was zum Heilen? Geil. Ein Mülleimer. Wahrscheinlich frisst er jetzt Müll und heilt sich da durch. So, weiter geht's. Oh. Oh. Ich will eigentlich nur die Flasche haben. Ich schmeiß den Typ mal die Flasche an den Kopf. Ich geh mal hier lang. Nur mal zum Schauen, ob hier vielleicht irgendwas zum Heilen ist. Oh nein, nein, nein. Scheiße. Das war eine sehr schlechte Idee. Der kommt jetzt hier rein. Oh. Tut mir leid. Musste sein. Au. Da ist er. Da ist er. Da ist er, Pisser. Da ist er ja. Hallo, 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 hallo. Uuuh. Vor allem, wie nett das von mir war. Ich hab den Typen voll den Kopf geschossen gerade. Alter. Dein Ernst? Ja. Das verdient er echt. Kassel auf die Fresse. Das weh tut. Ich glaube, wir haben jetzt schon aufgeräumt hier. Boah, ich dachte gerade, da war noch jemand. Hey, Manga, da ist ja noch einer. Mach dir mal tot, Alter. Was geht? Ja. Boah, jetzt hab ich die. Ey, was? Ach so. Mann, was fremd ich denn hier? Ich kann mal gerne Munition herliegen. Das ist aber schön. Alter, ich bin voll im Arsch, ey. Was zum Heilen hier, Alter. Ach, guck mir meine an. Wir haben hier was zum Heilen gefunden. Oh, ja. Mmh. Lass mich mal heilen hier. Mein Gott, ey. Ich hab noch einen Schuss und, ja. Leck mich am Arsch. Wo kam das der? Ach, da oben. Okay, hab's gesehen. Wir laufen mal hier lang. Und schauen wir mal, was hier abgeht. Nein, ich hab mich ja schon gesehen. Eigentlich müssten die gleich hier... Ach, Munition. Cool. Ich hab Munition gefunden. Kurz mal hier rüberjumpen. Mal schauen. Oh, da ist einer. Hallo. Hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Du mich nicht. He, 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 he. Hab dich gekallt. Geh mal. Ihr Kopf ist durch die Wand geglitscht. Voll erwischt. Voll erwischt. Lach mal nicht, ey. Ich glaub, dass es mich nicht getötet hat, ey. Aber hier liegt auch noch was. Ein Messer. Cool. Nehmen wir mit. Ein Messer ist eine lautlose Waffe, mit der du Gegner schneller und geräuschlos ausschalten kannst, als zu erwürgen. Schleich sie von hinten mit einem Messer an, ergreife ihn mit Dreieck und drücke Dreieck erneut, um ein Messer zu benutzen. Die Verwendung von Messern ist eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt sind, zerbrechen sie. Verbessere ihr Haltbarkeit, indem du Trainingsbücher findest. Ja, bei Gelegenheit, ne? So, mal gucken. What the hell? Okay. Da lag ein Medikett. Das hab ich gar nicht gesehen vorhin. Ich glaub ganz einfach, dass mich von hier einer... Ey, wo hat er mich jetzt gesehen? What the hell? Das ist unlogisch. Jumpen wir mal hier lang und gucken mal von hier nochmal. Von irgendwo muss mich doch einer gesehen haben. Wo? What? Wo? Hallo? Oh, geht der nicht. Na komm her. Achso, oh. Jetzt hab ich ihn gesehen. Alles klar. Alter. Dein Ernst? Was ist dein Ernst? Versteckt ihn mal nicht so schlecht. Okay, ich sollte mal die Schnauze halten, bevor ich jetzt hier sterbe gleich. Okay, ich heil mich mal lieber. Ja, ich benutze schon Medikett so übelst verschwenderisch, ey. Unglaublich. Halt die Schnauze. So, tschüss. Alter, lebt er mal noch, ey. Au. 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 Alter, was ist das bei dir im Kopf? Nein. Okay, wir haben es geschafft. Der ist tot. Oh, Gott. Verlinkt. Aber wir sind wieder hier. Wow. Nicht hier, würde ich sagen. Oh, oh. Ich glaube, er kommt rein. Er kommt rein. So, ich mach dich kalt einmal. Wir haben die ersten Nervensegel schon ausgeschaltet. So, tschüss. Das war's für dich. Äh, äh, äh. Okay, jetzt sollten wir ein bisschen aufpassen. Nicht so wie vorhin. Das vorhin war ein bisschen dumm gelaufen. Oh, oh. Ich hoffe nicht, dass er jetzt hier reinkommt. Obwohl, könnte sein, oder? Was meint ihr? Kommt ihr hier rein? Oder? Nein, ich glaube nicht. Töte ihn doch. Mensch. Jetzt bevor der andere Piss an. Noch hast du mich nicht gesehen. Weiß nicht, wo ich bin. Äh, 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 äh. Oh, oh. Er kommt. Er kommt. Okay, kommt auch nicht. Ich glaube, es war ein Fehler, oder? Was meint ihr? So, nächster weg. Alles klar, Nummer zwei. Ich weiß jetzt auch nicht, wo der dritte ist. Läuft. Ach, da. Okay, ich habe ihn gesehen. Ach, du Scheiße. Eine äußerst bescheidene Situation hier, weil. Okay, er kann mich eigentlich nicht sehen. Deswegen greifen wir unter uns jetzt auch noch und machen ihn auch noch kalt. Dann haben wir alle drei erwischt und dann haben wir schon mal voll die Munition gespart von vorhin. Hier von. Ach, du fuck. Kacke. Ah. So. So, tot, Mann. Meine. Danke. Die wollte ich kurz haben. Ich glaube, da lebt noch einer. Ja, da lebt echt noch einer. War ja ein bisschen verarschen. Da ist einer an der Wand und du läufst da so ganz getrost so durch, ey. Ich treffe nicht. So, jetzt habe ich. Na komm. Gut, 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 gut. Okay, machen wir es anders. Plan in der Rock. Ich werde hier oben lang laufen. Einfach nur, um zu sehen, dass wir mal. Weil wir noch. Na gut, wir haben Munition noch gefunden. Das ist gut. Wir waren auch noch des Messers, will ich mithaben wieder. Na, nicht bei dir, würde ich sagen. Oh, Gott, ey. Ein Vorteil ist natürlich, er hat mich bis jetzt noch nicht getroffen. Und ich glaube, dass er gleich tot ist. Wenn er Pech hat, ist er gleich tot. So, tschüss. Und das war's. Ha, ha, ha. Ich hab dich getötet. So, mein Gott. So, jetzt können wir auch, jetzt können wir endlich auch weitergehen. Ja, würde ich gerne, aber du stehst im Weg. Mein Gott, ey. Immer diese nervigen Leute, die im Weg stehen, ey. So, drei kalten. Dann können wir endlich auch weiter, ey. Das war ein ziemlich unnötiger Fail gewesen am Anfang. Ja, okay. Das war eine ziemlich dumme Aktion, muss ich sagen. Einfach da reinzurennen und die dann so zu tun. Boah, fuck. Ach, du Scheiße. Sind das viele, ey. Boah, ich dreh durch, ey. Ja, und wir jumpen einfach da runter und... Ich schmeiße dem Typ die Flasche an den Kopf. Warte mal. Wir schmeißen mal die da hinten hin, dann können wir in die andere Richtung laufen einmal. Äh, ich glaube... Noch haben die mich nicht gesehen. Ah, ganz toll, das haben die mich nicht gesehen. Ganz klasse Aktion, die haben mich gesehen. Ich will kurz mal hier hinten hinlaufen. Keine Ahnung, ob die mich jetzt gesehen haben, aber... Also, die müssen mich ja gesehen haben. Dui. Dui. Oh, oh. Ich muss die ja erstmal hier ein bisschen weglocken, weil die sind hier vorne bei mir bestimmt überall. Scheiße. Achso, jetzt habe ich ihn auch. Okay, da vorne steht einer. Da steht einer. Und da ist auch noch einer. Oh. Na, ganz klasse. Oh, verdammt. Oh, ich muss ihn jetzt töten. Okay, wir haben ihn. Okay, Nummer eins ist weg. Gut. Jetzt haben wir zumindest den ersten schon mal gekillt. Oh mein Gott, ey. Hallo Ratten. Nicht bei dir, würde ich sagen. Hä? Oh, da nach hinter mir. Alter, was soll du? Bescheuert? Ich glaube, es hackt, ey. Alter. Mein Gott. Jetzt muss ich mich echt einmal heilen wieder, weil ich habe voll auf die Fresse bekommen gerade. Dieses Arsch hinter mir. Ich glaube, es hackt, ey. Hallo, ich würde gerne gedockt bleiben und nur schauen, wo die sind, ey. Da ist sie, und da vorne ist so andere Pisser. Vor allem, was soll ich denn machen, die drei? Töte ihn. Nicht ab. Boah, das ist ein Blöd, ey. Du bist so ein Idiot, ey. Töte dich, Mann. Okay, das hat weh getan bestimmt, aber gut. Es hat geholfen. So, da vorne ist noch einer, der kommt jetzt auch genau auf mich zu. Er kommt auf mich zu. Oh mein Gott. Na, nicht bei dir, würde ich sagen. Oh, zurück, 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 zurück. Na, nicht mehr rum, freundlich hier. Na, komm. Put, put, put. Komm rum hier. Komm hier. Komm hier. Ich kriege dich sowieso. Ja, du siehst mich nicht. Party versus komischer. Ich mache dich kalt, Alter. Und schack, das war's. So, noch einer, oder was? Oh mein Gott, da kommt noch jemand. Es ist halt nur die Frage, von wo kommt er, ne? Kommt er jetzt von links oder läuft er auch genau wie der andere Typ auch wieder in die andere Richtung? Also, zwei Leute sind da noch, ey. Ei, ei, ei. Okay. Alter, was? Flasche? Ich habe eine Flasche hier. Wee. Es wäre halt gut, wenn er mich nicht sieht. Da vorne läuft auch noch einer, okay. Okay. Wir sind näher dran gekommen, auf jeden Fall. Oh, oh. Zurück. Das ist halt die Frage, wo ist der zweite jetzt gerade hin? Oh, fuck, fuck. Nein, das wollte ich gar nicht. Oh. Wie schlecht war das denn jetzt gerade? Toll, er ist tot auf jeden Fall. So, es war auf jeden Fall nicht da so, wie es gedacht war, aber okay. Oh, Gott. Ey, oh. Schuss gewählt. Hä, ich schieße durch die Wand auf jeden Fall lustig. So, er ist tot, ey. Meine Fresse, ey. Alter. Wie unnötig das war. Ähm. Waren das jetzt alle? Ich weiß es nicht. Lauf mal hier hin und schau mal nach. Aber es sieht gut aus. Ich würde sagen, ja. Das waren, glaube ich, jetzt echt alle. Okay, Leute. Bevor wir jetzt weitermachen, werde ich den Part an dieser Stelle jetzt beenden. Und im nächsten Part werden wir dann hier weiterlaufen. Ich werde Pause zurück, sonst läuft das Weiterspiel. So, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.